hier ist jetzt nicht wirklich viel viel außer Schnee und ein paar Bäumen zu sehen ich habe jetzt damit gerechnet, dass da so eine schöne Flusslandschaft oder so ist Kopfgeldjäger was? was soll das denn? oh my god nein so ich werde hier nicht sterben, das kann ich vergessen was? okay verdammt, alles auf CD gut, schluck du das, du schluckst das ich werde hier nicht sterben die hauen aber doch gut zu, meine Freunde muss ich jetzt einfach nur so los werden zack oh ja schluckst du das, du schluckst das, du schluckst Voreinstellungen, Voreinstellungen, Bogenschütze ja ich hoffe, die ist jetzt Bogenschütze gut 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 es geht es geht doch geht doch oh da geht es weiter da geht es weiter, dann gucke ich erstmal hier Feuerblitz ach so ich speichere jetzt erstmal hier bevor ich hier jetzt irgendwie was falsches passiert und ich nachher wieder im Lager lande äh, nicht im Lager, da bei den Spinnen ihr wisst, was ich meine nicht, dass sowas wie eben passiert und ich die Aufnahme kurz abbrechen muss das wäre ärgerlich dem Erbauer sei Dank, dass mein Bruder und seine Familie es aus Lothering herausgeschafft haben er sagte, die dunkle Brut habe am nächsten Tag angegriffen die dunkle Brut hat Lothering eingenommen, oder? ich weiß es nicht aber da niemand dort war, um sie aufzuhalten, gehe ich davon aus es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis diese Kreaturen auch hierher kommen im Moment scheint sie niemand zu bekämpfen im Moment, meine Freunde, im Moment Zwerg, Oberflächenzwerg kann ich euch für etwas begeistern? ich habe die beste Auswahl an gebrauchten Rüstungen und Waffen diesseits von Val Royo das ist Val Royo lass mich mal sehen aber natürlich und vergesst nicht, dass ihr auf jedes Stück Ferins lebenslange 24 Stunden Garantie bekommt das ist mein Ding Stärke Modifikator Stufe 5 Stufe 2 ist ja Malma der Shazin ich bin Kommandantin Separitrone Bild der Gänse Oh, wie lieb von euch. Ich danke euch sehr. Kein Ding, meine Dame. Kein Ding. Wieso hast du das jetzt nicht benutzt? So. Jetzt will ich hier hin. Viata! Dieses Land wird von den unabhängigen Zwergenkönigen verwaltet. Ich kann euch derzeit den Zutritt nicht gewähren. König Loghain verlangt die Unterstützung der Dashiers oder Lords oder wie die in eurer Versammlung eben heißen. Ich bin sein offizieller Bote. Ihr könnt auch der Fußabstreifer des Königs sein. Nach Orsama kommen bis zur Klärung der Thronnachfolge nur die von unserer Art. Äh, ich muss dringend mit eurem König sprechen. Wer nicht? Wenn ich nicht rein darf, sollte niemand rein dürfen. Orsama hat keinen König. Andrin Eduken ist vor drei Wochen aus Trauer über den Verlust seiner Söhne zum Stein zurückgekehrt. Die Versammlung konnte sich auch nach einem Dutzend Wahlgängen nicht über einen Nachfolger einigen. Wenn das nicht bald geklärt wird, droht uns ein Bürgerkrieg. Ich bin ein grauer Wächter. Dieser Vertrag verpflichtet, außer mir dazu, mich zu verunterstützen. Eine Verderbnisnaz. Sie müssen einig sein für Ferelden. Die grauen Wächter brauchen Trans... das wäre geil. Ja, ich würde sowas sagen. Login ist der Verräter und nicht König und hat König Kaelen gekündigt. Genau. Was? Lügen, Verleumdung! König Login würde mich mitnehmen und ich auch nicht. Ich bin sein Bote. Bekämpft einander, wenn ihr meint, aber nicht direkt vor meiner Türschwelle. Gehe. Bekämpft einiger Magier. Wie... ... ... ... ... ... ... ... Was hauen die hier für einen Schaden raus? Was hauen die Schaden? So. So. Das. Das. Ich finde, wir arbeiten gut zusammen. Natürlich. Der hat einen Rums gemacht. Der hätte der Commander sein können. Warte, was brauche ich für die Templer-Rüstung nochmal? Ich meine, 28 wäre es gewesen. Egal, ich nehme 29 dazu. Dann wird das schon passen. Befreiung. Ein Krieger nimmt eine entspannte Haltung ein, wodurch er weniger bedrohlich erscheint. Dadurch ist die Feindlichkeit nahegeben. Brauche ich jetzt nicht. Kapferkeit. Nee, 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 nee. Machen wir das. Schildwall. In diesem Modus bildet der Schild ein Bollwerk, wodurch der Charakter zulasten des von ihm zugefügten Schadens einen deutlichen Bonus auf Rüstung und seine erhöhte Schossangriffe abzuwehren erhält. Schildkenntnis macht den Charakter in diesem Modus immun gegen direkte Niederschläge überwinden. Charakter steckt schnell dreimal hintereinander. Das nehme ich doch. Der braucht ein paar mehr Angriffe. Der Typ. So, und dann gehe ich hier noch in Orsama rein und dann hat sich das als erstes... Ich wollte... Ja. Zack. Und zack. Jetzt haben wir einen perfekten Templer. Et voilà.